Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra Team und wir wollen jetzt direkt mal ins Finale starten. Ja, ich bin ja mal gespannt. Bin noch ein bisschen durch den Wind sozusagen. Aber das wird schon laufen hier. Ich meine, Ibra ist ja dabei, da müssen wir ja gewinnen. Aber das letzte Spiel mit Ibra, das war ja schon relativ spannend. Nach einem relativ schnellen 2 zu 0 dann noch ein sehr spannendes Spiel gehabt. Und ja, das sollte jetzt nicht passieren. Am besten natürlich. Naja, schauen wir mal. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal einen Gegner. Wie gesagt, ist jetzt Finale und ja, wie viel Uhr haben wir jetzt aktuell? 15.40 Uhr am Mittwoch. Oh, in 20 Minuten kommt auch das Team of the Week. Da muss ich dann auch noch aufnehmen. Aber 20 Minuten geht ja ca. ein Gameplay. Deswegen passt das ganz gut. Beziehungsweise muss ich dafür natürlich jetzt einen Gegner finden. Und wenn jetzt keiner kommt, dann werde ich das cutten. Und? Na? Ja, da ist wer. Der Islax. Irgendwas. So, Trikots passen, Kollege. Kid Chaos 23. So. Na? Ja, jetzt geht's weiter. Butafogo-Wappen. Und er hat ein 85er-Team. Und es ist Premier League. Wer hätte es gedacht. Mit Aguero, Soldado, David Silva. Dazu Jesus, Navas in Form, Hazard, Fernandinho in Form, Touré, Terry in Form, Company, Luis und Tschech. Ja, von den Spielern her sieht das natürlich relativ stark aus. Muss man schon so sagen. Mal gucken, ob er auch relativ stark spielt. Also ich muss ja sagen, gegen Dreierkette spiele ich irgendwie, ja, am wenigsten gerne. Weil es sieht einfach so aus. Ah, fuck. Es sieht einfach so aus, dass das Mittelfeld immer so eklig eng ist. Und deswegen mache ich es nicht sonderlich gerne. Aber manchmal kannst du es halt einfach nicht verhindern. Und hier will er mit Hazard durchbrennen. Aber Ramos stellt seinen dicken Körper in die Mitte und dann ist alles geregelt. So, Fernandinho. Oh, nochmal zurück hier. Und jetzt hier. Komm. Ja, sehr schön, Kun. Nochmal. Oha. Und nochmal. Und nochmal. Ah, ja. Jetzt einmal zu. Der letzte ging nicht mehr durch, leider. Da war er immer sehr schnell nah am Mann dran. Und deswegen ging es dann nicht mehr durch. Jetzt hier will er bestimmt durchstecken. Ganz genau will er auch. Und schießt direkt drauf mit Eden Hazard. Kann man natürlich mal machen. Ja, komm. Drück weiter, Kollege. So. Versuchen wir mal, das Ding mal auf Ibra zu bringen. Irgendwo da vorne. Ne. Kommt immer leider auf den Mittelstürmer. Ich meine, vorne vorm Tor, der macht der Kun mal einen. Aber so im Mittelfeld ist das, glaube ich, nicht so ganz sein Ding. Oh, Jesus. Na was? Ja, da wollte ich nur ganz kleines Stückchen nach links lenken. Aber LaVetsi ist dann, ja, volle Pulle nach links gegangen. So, hüpf, hüpf. Ne. Nicht so pralle. Uh. Sergio Ramos. Jetzt hier wieder über die Außen durch. Auf Dani Alves. Dani Alves gegen David Luiz. Alter. David Luiz ist so fucking OP. Ist unglaublich. Du hast da einen Dani Alves mit, ich glaube, 96 Pace, ne. Team of the Year Edition. Machst da eigentlich einen Wechsel. Luiz läuft in die andere Richtung. Der macht eine Drehung und steht wieder vor dir. Das ist echt unglaublich. So. Jaja. Touré. Kriegt ihn leider Gottes nicht durch. Fernandinho jetzt hier. Ein Doppelpass-Spielchen. Ne. Den müssen wir haben. Ja. Gut. War relativ knapp. Jetzt lege ich hier Jesus Navas den Ball in die Füße. Aber Thiago Silva ist am Start. Sehr schön. Man sieht auch, wenn er nach vorne spielt, spielt er relativ schnell nach vorne. Das kann natürlich gefährlich werden. So. Hazard. Er zieht auch anscheinend sehr gerne von etwas weiter entfernt aufs Tor. So. Erstmal hier draußen Touré. Ibra gerade angespielt. Ball durchlassen. Scheiße. Fast hätte es geklappt. Weil er hat mich nämlich auch angegriffen. So. Jetzt hier kurz durch auf Ibra. Jetzt wieder. Alter. Immer der letzte Mann. Schade. So. Sehr schön gemacht hier. Nochmal zurückgespielt. Nochmal hier. Und jetzt auf die Außen. Aber da läuft Lukas leider Gottes nicht so ganz hinterher. Wieder die Fackel nach vorne. Fernandinho macht das sehr schön. Und jetzt hier drüber gesteckt auf Ibrahimović. Den muss ich schnell reinbringen. Damit wir wenigstens noch eine Chance kriegen. Fernandinho. Er ist gut. Ja. Macht das schön hier. Komm. Halten drin. Ja. Und die Flanke kommt natürlich viel zu locker. Hüpf. Hüpf. Touré. Ja. Das ist natürlich ekelhaft. Ich weiß nicht warum Touré da verliert gegen Soldado. So. Kuhn. Ah. Hat er eigentlich nicht so gut gemacht. Ja. Gut. Und er fackelt wieder drauf. Ja. Wenn das jetzt alles bei solchen Schüssen bleibt. Dann ist alles in Ordnung. Weil das ist halt einfach relativ ungefährlich. Wenn so ein Ding mal reingeht. Hast du ein bisschen Pech gehabt. Aber er macht halt echt als Fackeln aus 35, 40 Metern. Auch wenn er natürlich Leute hat, die schießen können. So. Torwart. Ja. Sehr schön. Schmeißen wir erstmal nach außen ab. Ja. Überlaufen mich mal hier. Sehr schön. Dani Alves. Kurzer Haken. Und erst nochmal zurück hier. Und jetzt hier. Ja. Ganz genau so. Aber der Kuhn konnte sich leider mit seinem Körper nicht so ganz durchsetzen. Ach. Und David Lewis steht natürlich perfekt bereit. Wie man es kennt. So. Soldado. Soldado. Will ihn hier in den Lauf bringen. Aber Jaja Touré steht da. Und spielt leider Soldado direkt wieder in die Füße. So. Ezekiel. Und David Silva. So. Jaja. Touré. Ja. Okay. Ich weiß nicht was er da alles macht. Also. Diese Dinger. Die gehen halt. Eigentlich nie rein. Sowas was er da jetzt gemacht hat. Wenn der irgendwann mal reingehen würde. Würde ich wahrscheinlich den Controller zur Seite legen. Und würde sagen. Hast du gut gemacht. Hast du dir den Sieg verdient. Aber. Mehr dann auch nicht. So. Aufpassen hier. Jaja. Touré. Wahrscheinlich kommt gleich wieder der Schuss aus. 50 Metern. So. Da dribbelt er ein bisschen zu viel. So. Und jetzt nochmal auf die Außen. Und jetzt da vorne durch. Auf eigentlichen Kuhn. Wollte ich ihn haben. Da. Ibrahimović. Ezekiel Lavetsi. Au. Der ist noch oben aufs Lattenkreuz aufgesetzt. Glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber war ein sehr schöner Finesse von Lavetsi. Das wäre ein schönes Ding gewesen. Da hat er mir den Ball so halb in die Füße gespielt. Kuhn. Schade. So. David Silva bringt den jetzt hier auf die Außen. Auf Ressus Navas. Und der bringt ihn sehr schön rein. Aber Dani Alves war es glaube ich. Der das dann verhindert. So. Lavetsi macht das hier gut. Ja. Maxwell ist jetzt nicht der Schnellste. Deswegen wollte ich den Ball eigentlich schon längst wegpassen. Aber er hat einfach den Pass nicht ausgeführt. So. Kuhn. Oh nein. Der sollte wieder auf Kuhn. Wollte den Kuhn nochmal mitnehmen. Weil vorne noch nicht unbedingt viel war. So. Jaya Touré. Sehr schön. Und jetzt hier vorne Ibra. Ah. Er ist so schnell im Mittelfeld dran. Er ist auf jeden Fall ein starker Spieler. Ich weiß zwar nicht warum er so oft von so weit weg schießt. Aber er ist ein sehr starker Spieler auf jeden Fall. Er kann schnell nach vorne spielen. Oh. Schlechter Pass hier. Da sollte Ibra so ein bisschen in den Lauf passen. David Silva hier mit der Fackel auf dem Kuhn. So schön vom Maxwell gemacht. Und der hält den drinnen. Aber leider direkt auf Navas. Das passiert halt leider zu oft. Aber der Ball geht ins Aus. Sehr schön. Eieiei. Das wird hier ein spannendes Final auf jeden Fall. Hüpf. Hüpf. Kuhn. Hüpf. Schönes Ding. So kann man es machen. So. Kuhn. Wenn er den gleich weiterspielt. Aber Kuhn. Kuhn pusht sich. Oh. Enazar alter. Kranker Kerl. Geht da in richtiger Außenverteidiger Manier dazwischen. So. Kuhn holt sich das Bällchen. Schmeiß noch nach hinten hier. Lukas. Flanke. Ibra steht. Nochmal hier auf die Außen. Ja. Hier kommt. Spiel nochmal. Ja. Sehr schön. Kuhn Aguero ist durch. Flanke. In der Mitte steht Touré. Oh. Schade. Der kommt auch sehr geil zum Kopfball. So. Und jetzt natürlich aufpassen. Jetzt gibt es nämlich den Kontra. So. Ja. Seitenwechsel hier. Auf. Ja. Jetzt konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, wen ich hier anwähle. Ach. Sehr schön. Fernandinho bringt ja noch auf die Außen. Ja. Gehen wir erstmal mit Dani Linio. Äh. Dani Linio vor allem. Dani Alves. So. Jetzt geht es hier in die Pause. Ähm. Jo. Es ist ein übel ausgeglichenes Spiel. Er hat halt jetzt vier Schüsse, weil er noch zwei Dinger aus 40 Metern drauf gehauen hat. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es ist verdammt ausgeglichen. Und ich glaube, keine Seite kann sich beschweren, wenn die andere führen würde. Also wenn er jetzt führen würde, wäre es auch okay. Muss zwar sagen, dass er halt als richtige Chance eigentlich nichts hatte, weil er halt immer nur von sehr weit drauf gefackelt hat. Aber wir halt auch nicht unbedingt. Und deswegen. So. Jetzt hat er, glaube ich, Luis Suarez reingebracht für Soldado. Okay. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, Soldado habe ich so ein bisschen als Schwachstelle gesehen in dem Team. Ja. Sehr nice. Lukas. 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 Ja. Ja, Mann. Sehr nice. Und da bin ich richtig stolz auf mich, dass ich nicht die Flanke gesucht habe, sondern dass ich es wirklich mit ihm durchgezogen habe. Ich habe mir gedacht, nein, du suchst diesmal nicht die Flanke. Zieh rein. Ich habe gesehen, dass ich an Luis vorbeikommen werde. Ich habe mir nur gedacht, hoffentlich wird der Ball nicht abgefälscht in der Mitte. Aber ich bin durchgekommen. Sehr nice. 1 zu 0 durch einen schnellen Konter hier. So, Fernandinho will bestimmt. Nee. Okay. Ich dachte, er will einen Anstoßtrick machen. Sah ein bisschen so aus. So, David Silva. Oh, der hat einen guten Linken. Aber schießt dann auch mit rechts. Ja, jetzt komm, hol dir den Ball wieder, Kollege. Ja, ja, Touré. So, Jesus Navas. Ja, hier, da blockt er mich, der Hurensohn. Sorry, sorry, kurz für den kurzen Ausraster, aber es hat mich ziemlich abgefuckt, dass der meinen Maxwell da auf der Seite komplett abgeblockt hat. So, jetzt hier nochmal nach vorne. Ibra, Ball durchlassen. Ach, Scheiße. Da kommt er noch mit der Fußspitze dran. Und hier kommt der Kuh, glaube ich, aus dem Abseits. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Das tut mir natürlich leid, meine Freunde. So, mal gucken, ob wir den Ball rüberkriegen. Wahrscheinlich nicht. Ich fackel die Dinger ja immer ins Aus. Ja, auch diesmal ist es unglaublich. Ja, ich hole mir das nächste Mal einen Mann ran. Auch wenn ich damit nicht so super Erfahrungen habe. Aber ich glaube, das ist besser, als wenn ich die Dinger als ins Aus fackel. So, ja, ja, Touré Kuhn. Der will ihn jetzt hier drüben durchstecken auf der Jesus Navas. Da ist keiner in der Mitte, deswegen dürfte da nichts passieren. Ganz genau. Thiago Silva auf Mexien. Da spielen wir erstmal in die Mitte. Der Mex, boah, Alter. Jetzt wird es hier in der Mitte aber eng. Ibra, rüber. Und jetzt. Ach, scheiße. Ja, ich hoffe, die Drehung nicht mehr ganz hinbekommen. Deswegen kann ich mich da nicht beschweren über den Pass. Aber jetzt könnten wir den Pass durchkriegen. Ganz genau. Und da mache ich es ein Ticken zu spät und laufe dann schon ins Aus. Sonst wäre, glaube ich, Dani Alwes ganz hübsch durch gewesen. So, mal gucken. Ich stecke lieber hier vorne ein bisschen ab. So, Hazard. David Silva. Will den hier irgendwo durchstecken. Ezequiel Lavetzi. Huh. Ein bisschen gefährlich hier gewesen. So, Fernandinho. Erstmal auf... Ah, nein. Ja, komm, gib mir wieder. Scheiße. Ja, relativ eng jetzt gerade das Mittelfeld. Hüpp. Oh, Maxwell, Alter. Nee, das war nicht Maxwell. Das war irgendwie anders. So, jetzt macht er viel hier rumgedribbelt. So, aber man darf sich jetzt auf keinen Fall aus der Ruhe bringen lassen. Durch sowas. So, und jetzt hier vorne Fernandinho durch. Aber, muss ich den Haken setzen. Und jetzt hier nochmal auf die Seite weiter durch. Kun Aguero zieht in die Mitte. Und das gibt's nicht. Wie oft mir das in letzter Zeit passiert. Das fuckt mich einfach nur krank ab. Was... Das hat sonst immer geklappt. Ich laufe extra so nah an die Grundlinie. Um dann halt die Flanke richtig scharf reinzubringen. Aber irgendwie in letzter Zeit passiert immer das, was da auch passiert ist. Nämlich, dass er sich da auf die Fresse packt. Das geht mir ziemlich auf den Sack. So, aber das willst du machen, ist halt so. So, schmeiß ich erstmal hier zurück. Dann nochmal hier zum LaVetsi. Uh, das ist gefährlich. Hier direkt wieder drüber gesteckt. Sehr schön. Erst nochmal in die Mitte. Und jetzt... Ah, ja. Und jetzt hier vorne durch. Fast. Fast. Ich wollte ihn zwar genau auf ihn, aber ich wollte ihn eigentlich hinten lang und nicht so durch die Mitte durch. Aber passt schon. So. Ich mach den jetzt mal vorne auf den Ibra. Er kann den dann vielleicht... Ne. Ich kann diese Dinger aus dem Halbfeld... Die landen einfach immer nur beim Gegner. Das ist echt so kacke. Aber naja. Wie gesagt, nächstes Mal Mann ranholen. Oh, schade, dass der Kuhn immer abseits. So. Terry. Oh, schade. So, Fernand. Gucken wir auf der Seite hier. Ja, ja, Touré. Haben wir. Sehr schön. Wieder durch auf dem Lukas. So. Die Seite ist jetzt natürlich relativ offen. Hazard ist natürlich schnell. Da. Ibra läuft. Ibra läuft. Ibra läuft. Und kriegen wir die Flanke rein? Kriegen wir rein? Ibra steht hinten. Kriegt nicht. Nochmal abgelegt? Nein. Kriegen wir nicht. Jetzt schnell wieder nach hinten. Kein Konterfang. Sergio Ramos muss den Ball haben, wenn er hier rausrückt. Der ist natürlich von sich aus rausgerückt. Puh. Ach, das war Thiago Silva. Sorry, Ramos. War nichts gegen dich. Hier, hüpf. Ja, sehr schön. Komm, Lukas, renn. Ja. Und jetzt zieh durch. Alter, das ist... Das gibt es nicht. Wie mich so... Jetzt hier vorne durch. Ja, ja, Touré. Ja, pusht sich einmal. Pusht sich zweimal. Die Flanke kriegt er irgendwie noch rein. Aber leider nicht auf Ibra, der eigentlich relativ frei stand. Oder komplett frei stand. Hier legt sich Ramos diesmal selbst auf die Backen. So, jetzt pusht er hier mit Kuhn. Macht das auch gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, gegen viele andere Verteidiger ist er hier durch. So, jetzt nochmal schnell das Spiel nach vorne. Fernandinho. Fernandinho zieht hier über die Seite durch. Kuhn geht in die Mitte. Flanke kommt. Kuhn gegen David Lewis. Nee, das wird nichts. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht irgendwie wieder in Konter laufen. Deswegen erst nochmal zurückgespielt. Ach du Scheiße. Da stehen ja zwei Leute von ihm. Sehr schön drüber gesteckt. Kuhn, Agüero. Da fackelt das Ding vorbei. Das wäre es gewesen. Ah, das ist mein Ding. Ich kann ihn einfach noch runterkommen lassen auf dem Boden, den Ball. Und kann dann ganz normal reinschießen. Scheiße, Mann. Das wäre so wichtig gewesen. So, Ezekiel Lavetzi. Erst nochmal hier auf Maxwell weiter. Komm. Ja, da gibt es jetzt ein Wort für ihn, ne? Also ab nach hinten mit dir, Maxwell. So, Company. Bringt die Fackel ganz schräg über den Platz. Und er kommt direkt auf Eden Hazard sein Füßchen. Wusste ich gar nicht, dass er sowas drauf hat. Und jetzt kommt... Ja, sehr schön. Wieder auf Lukas durch. Lukas. Gegen David Silva. Alle krätschen rein. Tor ist leer. Alter Vater. Junge. 86. Minute. Oh, fuck. Ich darf mich nicht so auskontern lassen, ey. Das sind die einzigen Momente, wo ich hier in schlimme Situationen komme. Wenn ich halt nach vorne und da den Ball verliere. So. Und jetzt hier nochmal die Flanke. Hinten. Ezekiel Lavetzi klärt. Er kriegt jetzt aber noch eine Ecke in der 89. Minute. Das darf doch nicht wahr sein. Peter Tschech steht schon vorne mit drin. Ecke kommt richtig nice. Und ich glaube, Tschech hat das... Ne. David Lewis macht hier ein Ecken-Tor. Das ist natürlich echt sowas von verdammt mies. Ich muss auch sagen, ich gönne es ihm noch nicht mal. Weil bis auf diese letzte Konter-Chance hatte er eigentlich gar keine Tor-Chance. Er hatte zwar gute Dribblings und alles, aber er hatte halt einfach keine Tor-Chancen. Im Gegensatz zu uns halt. Ich hätte noch zwei Dinger machen können, müssen, dürfen. Egal. Es ist halt jetzt so. Und deswegen müssen wir hier weiterspielen. Das heißt allerdings nicht, dass er hier irgendwie auch nur annähernd schlecht wäre. Er ist echt gut. Aber vorne hat er halt keine Chance, weil wir gut verteidigt haben. So. Jetzt nochmal eine Fackel hier aus der zweiten Reihe. Maxwell müssen wir rausbringen. Natürlich direkt auf den Gegner. Wie man es kennt dann in der Endphase, wenn der Gegner ein Tor gemacht hat. Und jetzt kommt er tatsächlich noch mit Navas rein. Bringt die Flanke. Ramos springt am Ball vorbei. Aus dem Rückraum kommt, weiß ich nicht wer. Eden Hazard wahrscheinlich. Ja. So. Nach vorne gebracht das Ding. Dann müssen wir hier leider Gottes in die Verlängerung. Ja, komm nochmal. Ja, komm. Lukas. Nein. Nein, 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 nein. Lass doch den Touré an den Ball gehen. Ist doch obvious, dass du im Abseits stehst. Touré hingegen nicht. Naja, was willst du machen? So. Oh, den hätte er jetzt nochmal, ich glaube, den hätten wir nochmal abgefangen. Egal. 1 zu 1. Wir müssen hier in die Verlängerung. Er hat zwar hier die bessere Statistik, aber guckt euch bitte an, woher seine Schüsse kommen und woher unsere Schüsse kommen. Ich bin der Meinung, wir hatten definitiv die besseren, hundertprozentigeren Chancen. Und er hat halt ein Konter, wodurch dann, glaube ich, auch die Ecke passiert ist. Und die hat er dann leider Gottes reingemacht. Deswegen fände ich einen Sieg für uns vollkommen in Ordnung. Er hat wirklich sehr, sehr stark aufgespielt. Das heißt, defensemäßig hat er das gut gemacht. Und auch in der Offensive, allerdings nur bis ins, ja, zweite Drittel. Irgendwie ist er nicht so ganz vor mein Tor gekommen. Und deswegen kamen halt auch eigentlich so gut wie keine Chancen durch ihn zustande. Nur halt irgendwelche Longshots aus 40 Metern, was ich jetzt einfach nicht unter Chance verbuche. Aber da soll jeder seine eigene Meinung zu haben. Sehr schön gemacht von Lukas. Und da kommen jetzt zwei Leute. Und David Lewis, Alter, das ist so unglaublich. Du lässt den David Lewis stehen. Der ist sozusagen eigentlich aus dem Spiel. Und der kommt dann einfach hinterher. Reißt dir hinten kurz am Trikot. Und dann ist er wieder vor dir. Das ist echt unglaublich. So, Lukas bringt die Flanke. Da hinten kommt Jaja Touré. Dani Alves. Dani Alves. Och du Scheiße. Fernandinho. Wird abgeblockt. Jetzt gibt es wieder Konter. So, David Silva hier. David Silva auf die Reise. Läuft ins Aus. Sehr schön. Komm, hol dir das Bällchen. So. Erstmal zurück hier. Ja. Lukas. Jetzt machen wir das einfach mal. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Ibra war an der Kante. Deswegen habe ich mir gedacht. Machen wir jetzt einfach mal. So. Schön durchgesteckt hier wieder auf Lukas. Ibra zieht in die Mitte. Bitte bringen sie auf Ibra. Er bringt sie auf Ibra. Und da macht Terry irgendwie ein Seitfallsier. Aber ich glaube, Torwart wäre auch dran gewesen. Deswegen. Kein Problem. So, Fernandinho. Nochmal hier hinten abgelegt. Wo will er den denn hinbringen? Ja. Und jetzt. Nein. Nicht wirklich, oder? Oh, Ica Castillas. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Aus unserer Druckphase dann wieder den Konter zu fangen. Und den legt er uns hier in den Lauf. Ja. Ja, ja. Touré. Und jetzt hier vorne durch. Kun Aguero. Bring die Flanke. Ibra. Oh mein Gott. Ezequiel Lavetsi. Bringen wir wieder die Flanke. Kun steht. Boah. Fuck it, Mann. Alter, 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 alter. Ab zurück mit euch, Jungs. Hüpf. Ne. Haben wir nicht. Jetzt hier ab. Auf Fernandinho. Und jetzt hier. Nein, da nicht. Da wollte ich ihn gleich hinhaben. Aber jetzt bringt er ihn da auch nicht hin. Auf den Kun nämlich. So. Konter, Konter, Konter. So. David Silver will den Ball hier flach auf. Weiß ich nicht. Suarez, glaube ich, bringen. So, aber nicht mit mir. Ibrail musst du haben. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Hatte er ihn oder hatte er nicht? Ist ja auch Latte. Auf jeden Fall hat jetzt der Gegner den Ball. So. Jetzt. So aufpassen. Er will den hier irgendwie immer als durchstecken. So, Sergio Ramos eigentlich gut. Aber dann rafft er irgendwie nicht so ganz, dass er prinzipiell den Ball hat. Oh. Scheiß. Die Wand an, Alter. Was hier abgeht in dem Spiel. Unglaublich. So. 105. So, Dalle. Ab geht's. Nächste Halbzeit. Ich werde hier natürlich auch nichts auf defensiv stellen oder sonst irgendwas. Ich will hier gewinnen in der normalen Spielzeit. Ich habe keinen Bock irgendwie auf Elfmeter schießen. Kun Aguero. Suarez macht das richtig stark. Suarez. Aber der Abschluss ist dann nicht so der Hammer. Also das mit dem Dribbeln hat er schon ganz gut drauf. Muss man ihm lassen. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, oder so. Ist auch okay. Hau den Gegner um. Nein, das war scheiße. Ja, das war kacke von mir. So, da Lukas jetzt hier eigentlich durch. Kurzer Haken. Hier nochmal durchgesteckt auf den Kun. Und jetzt kommt Ibra machen. Oh, da kommt er hinten hin. Und da wählt er mir aber auch nicht. Ah, fuck it. Scheiße, da musste ich mich mal eben ganz kurz konzentrieren. Ah, den holt der Peter raus, ey. Schöne Finesse vom Ibra. Komm, machen wir auch eine Ecke. Wenn er eine Ecke machen darf, dürfen wir auch eine machen. Ibra, komm, Ibra. Oh, der. Ich weiß auch nicht, was los ist, ey. Der kommt irgendwie nicht mehr in die Kopfbälle, als ob er verletzt ist oder so. Als ob er nicht mehr hoch springt. Das ist ganz seltsam. Aber egal. So, pushen jetzt hier. Bringt er die Fackeln nach vorne. Ramos klärt das Ding gut. Müssen wir eigentlich gleich weiterspielen. Deswegen habe ich extra gleich gedrückt. Oh, nein. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Doch. Boah, stark hier. Ich glaube von Thiago Silva. Ein Wurf für den Gegner. 113. Maxwell bleibt ein bisschen im Strafraum stehen. So. Hinten. Gut. Er wirft auf den Kun. Legt nochmal ab auf Valencia. Will die Flanke ohne Vorbereitung bringen. Aber Fernandinho lässt das Ding genau auf den Gegner abploppen. So. Habe ich mir gedacht, dass er sowas macht. Deswegen einfach nur stehen geblieben. So. Und jetzt da vorne durch das Ding. Aber nee. Kommt nicht durch auf den Kun. So, Lukas. Hier nochmal die Fackel auf die Außen. Auf Fernandinho. Fernandinho. Kurzer Haken. Drüber gesteckt. Ja, da kann er sich wieder nicht entscheiden zwischen Ibra und Kuhn. Habt ihr das wieder gesehen? Da hat er wieder gewechselt zwischen der Mann-Auswahl. Und das war klar, dass der hier hinkommt. Maxwell, lass dich nicht ficken. Lässt er nicht. Sehr schön. Rausgespielt, das Ding. Hüpf, hüpf, hüpf. Touré, Alter. Was ist in dem Spiel mit dir los? Mit deinen Kopfballduellen? Und dem Gegner direkt in die Füße. Hab ich glaube, er hat mich... Oder hab ich ihn gefoult? Nee, ne? Wer kriegt jetzt hier Foul? Ah, gut. Alter. Wenn er jetzt hier einen Freistoß bekommen hätte. Vor allem, weil er David Silva als Linksfuß auch noch hätte. Dann hätte ich mich aufgeregt. Aber, ja, der fackelt ja Thiago Silva hier übel um. Okay. Alles klar. So. Hm. Hier hinten hole ich mir jetzt auf keinen Fall einen Mann ran. Da facke ich den Ball lieber ein bisschen nach vorne. Schade. Ja, ja, ja. Touré, aber der kriegt den Ball wieder nicht zum Gegner. Äh, ja, doch. Er kriegt ihn zum Gegner. Sagen wir mal so. Ja, da hat er mich wieder gefoult. Ich muss immer erstmal kurz gucken, was jetzt genau passiert ist. Ah, noch einmal auf Ibra. Ach, scheiße. Wie nice wäre das gewesen. Der kam eigentlich perfekt für Ibra. Und jetzt gehen wir hier ins Elfmeterschießen. Oh, Mann. Alter Vater. Was ein Spiel. Ziemlich krass. So. Der ist so ein arroganter Schnösel irgendwie. Ich glaube, ich bleibe in der Mitte stehen. Er kommt mir irgendwie so ein bisschen arrogant vor. Ja, okay. Er macht ihn aber ganz gechillt in die Ecke. So. Ibrahimovic. Ah, es leckt wieder ein bisschen. Puh. Alter. Ich habe es irgendwie, ich weiß nicht. In letzter Zeit drücke ich ein bisschen zu lang in die Ecke. Ich meine, der war jetzt natürlich schön platziert. Aber einen Ticken länger. Und dann geht er wieder vor den Pfosten. So. Na, gucken wir auf den Kopf hier von Valencia. Ja, guckt nirgendwo hin. Ich bleib mal. Ja, eigentlich wollte ich stehen bleiben. Aber irgendwie ist er dann doch in die Richtung gesprungen. Das ist natürlich ein bisschen lucky. So. Kun Aguero. Okay, Alter. Es leckt eklig. Und wieder links. Und er springt auch wieder links. Aber ich habe ein bisschen Lack, dass er durchgeht. Alter. Komm. Nächsten auch halten. Kun Aguero. Er guckt. Wo guckt der hin? Guckt der überhaupt wohin? Ja, wenn er irgendwann mal drückt jedenfalls. So. Er guckt wieder nirgendwo hin. Ich bleibe in der Mitte. Ja. Ich fuck das. Scheiße, Mann. Wieso drücke ich dann überhaupt was? Ich wollte in der Mitte bleiben. Aber ich will dann halt immer hochdrücken. Aber irgendwie springt er dann trotzdem in die Ecken. Oh, Mann. Das war jetzt ab, fuck. So. Ezekiel Lavecci. Ah, das ist... Hier, ihr habt es gesehen. Ohne Scheiß. Weil, wisst ihr, wann ich gedrückt habe? Ich habe gedrückt, wo der links noch im Roten war. Und wo endet er rechts im Roten. Das ist halt einfach so lächerlich. Und ich kann mich über sowas einfach nur aufregen. Aber was willst du machen? Kannst du halt nichts gegen machen. Ah, scheiße. Er hat zwar voll in die Ecke geguckt. Aber ich dachte jetzt, nimmt er vielleicht mal die andere Ecke. So, Fernandinho. Das leckt so krank, ey. Es ist unglaublich, ey. Ja, was willst du denn machen, Alter? Fick dich einfach, Mann. Ohne Scheiß. Ey, so macht das einfach keinen Spaß, wisst ihr. Also ich meine, ich kann halt... Was soll ich machen, ey? Das Ding, die Scheiße leckt da wie Kacke. Ich weiß nicht. Er hat es anscheinend drauf, auch wenn es wie Kacke leckt. Aber ja, ich jedenfalls nicht. Und jetzt hat er das Ding gewonnen, ne? Ja, super. Happy Birthday, du Vogel, Alter. Sorry. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sauer auf mich selber auch. Aber ich meine, ich kann halt nichts dafür. Es hat wie Sau geleckt. Und ja, was will ich dann machen? Ich würde trotzdem jetzt immer noch sagen, nach Ende der ersten 90 Minuten wäre ein Sieg für mich verdient gewesen, weil er einfach keine Chance hatte, außer ganz am Ende noch den Konter. Sonst hat er null Chancen, außer 500 Meter Fernschüsse. Und wir hatten halt mit Kuhn noch zweimal die Chance auf 2 zu 0 sogar zu erhöhen. Und deswegen wäre es nach 90 Minuten meiner Meinung nach verdient für uns gewesen. Aber jetzt kannst du halt nichts machen, wenn du im Elfmeter schießt, dann auch noch so eine fucking leggy Verbindung hast. Und ja, okay, sorry für die paar Ausraster. Gab es halt auch mal. Ähm, ja, was will ich sagen? Gegner war, wie gesagt, schon ein guter. Aber nach 90 Minuten bin ich der Meinung, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten. Aber jetzt hat er uns halt im Elfmeterschießen gefickt, weil ich halt bei sehr längender Verbindung anscheinend nicht schießen kann. Ah, vor allem der erste Elfmeter, der ging mir richtig auf den Sack, weil ich habe, ohne Scheiß, ich habe im orangenen Bereich auf der linken Seite gedrückt und er hat angehalten auf dem rechten, in der rechten Seite rote Bereich. Ey, das ist halt sowas von lächerlich. Aber was willst du machen? Ding leider Gottes verloren durch ein abgefucktes Eckentor vom Gegner in der 89. Minute. Aber ich meine, ja, so ist FIFA. So ist FIFA zu dir. Jetzt nochmal 7 halber gezogen. Und ich habe halt meine Dinger dann vorne auch nicht mehr verwandelt. Hätte ich das irgendeine von den beiden Dingern von Kuhn gemacht oder auch in der Verlängerung hatten wir auch nochmal Chancen. Aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Und das ist halt der Punkt. Und deswegen müssen wir halt auch mal verlieren. Ich weiß jetzt nicht, warum ich Altidore mitgenommen habe. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, gut. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Euch hat es bestimmt gefallen, weil der Messe mal wieder auf die Fresse bekommen hat. Was heißt auf die Fresse? Aber wir haben mal wieder seit langem ein Spiel verloren. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und guckt mal... Oh, Entschuldigung. Im Forum vorbei. LPMessive.de Also bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.